Willkommen im Restaurant Wellenflucht und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Pokémon Schwert der Naslok Challenge. Wir sind hier in diesem Restaurant wo wir hin sollten wegen Rosé und ja machen wir jetzt auch. Jetzt mal schauen was der von uns möchte. Präsident Rosé kommt ab und zu in Cognito hierher aber trotzdem wissen alle Bescheid. Tja, weil er nicht wirklich in Cognito ist. Aber gut. Ah Sunny, komm lass uns deinen Sieg über Gebühren fahren. Ach was, dich hat er also auch eingeladen. Oh ihr kennt euch? Na wunderbar. Aber setzen wir uns doch erst mal. Uhu. Kelton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal gut, ganz unter uns. Diesem Restaurant schmeckt eigentlich alles ganz vorzüglich. Wie geht es übrigens Professor Magnolica? Ich hoffe es doch bestens. Ich habe ihrer Forschung viel zu verdanken. Wie ihr wisst stammt die Technologie hinter den Dynamax-Bändern, mit deren Helfen man Pocken und Riesen groß machen kann, von meiner Firma. Aber ohne Professor Magnolicas Forschung über die Wundsterne wäre das nie möglich gewesen. Seufz. Ich weiß nur, dass ihr das Dynamax-Phänomen immer noch kunftzerbrechen bereitet. Sie hat offenbar noch viele Rätsel zu lösen. Sie denkt immer nur an ihre Forschung. Als ich zu meiner Reise aufgebrochen bin, hat sie mir sogar eine Energiequellen-Detektor in die Hand gedrückt. So versessen ist sie. Eine Energiequellen-Detektor? Das sind diese Geräte, mit denen es erstmals möglich wurde, Energiequellen aufzuspüren. Mit anderen wurden also Orte, an denen dank eines erhöhten Aufkommens von Galar-Partikeln Pokémon Dynamo maximiert werden können. Aber dass Professor Magnolica so frustriert ist, höre ich gar nicht gerne. Ich würde alles tun, um ihr zu helfen. Sanja, du sollst dir unbedingt einmal die Schatzkammer von Klaus City ansehen. Ich bin davon überzeugt, dass der Schlüssel zum Geheimnis der Dynamax-Phänomens in der Geschichte dieser Region begraben liegt. Ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sanja ein, das gewährt wird. Und verzeihen sie meinen Drängen, Rosé, aber ihr nächster Termin wartet. Schon, aber ich hatte doch noch gar keine Chance, mit Sanja zu sprechen. Nun gut, so bedauerlich es auch ist. Es lässt sich wohl nicht ändern. Es war mir ein Vergnügen. Seufze. Ich weiß ja, dass er das gut mit mir meint, aber die Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens sollte ich dort ein paar neue Anhaltspunkte für meine Forschung über die Legende finden. Ich habe gehört, dass du dir den Wasserordner erkämpft hast. Glückwunsch. Kate zu besiegen ist kein Kinderspiel. Hier nimm also Belohnung, also diese Belohnung. Oh, Heimzahlung. Warum Heimzahlung? Du verstaust es halt in Heimzahlung? Ja, ich weiß, was das macht. Kate und ich sind gut befreundet. Vielleicht sollte ich mal bei ihr vorbeischauen. Bis die Tage, Ariana-Challenger. Mhm. Danke. Ja, und jetzt? Nachricht weiter, oder wie? Du hast jetzt den Pflanzenorden und den Wasserorden, stimmt's? Als nächstes müssen wir Kabu besiegen, den Arena-Leiter von Ancient City. Ancient City? Hä? Da waren wir doch. Aber ich habe brandheiße Insider-Infos über Arena-Leiter Kabu für dich. Er liegt nämlich gerade in der Galamine 2 in Sondertraining an. Wenn Kabu nicht in seinem Stadion ist, zieht uns für das erste nicht nach Ancient City. Warum schauen wir nicht mal in der Galamine 2 vorbei? Sondertraining ist genau mein Ding. Aha. Meins nicht. Vor allem nicht in einer Galamine. Ähm. Portrott und Zorro-Keks. Gucken wir mal. Was da so ein Werbler macht. Gar nicht. Gar nicht. Gucken wir mal. Das war's. Das Ding will ich mich gerade komplett verarschen, ne? So, Beutel. Ich würde mal sagen, Puckball, äh, Superball. So. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. 25, 21, sehr schön. Scanner brauchen wir nicht. Oh, ne. Ich sollte auch nicht auf dem Fahrrad hier durchschirken da. Du schon wieder? Oh, nicht du schon wieder. Kämpfe gegen Mitten der wertigen Gegner sind eine unerträgliche Zumutung für meine Pokémon. Ich selbst bin auch nicht in der Stimmung, mich auf dein Niveau herabzulassen, aber Schwächlinge wie dich in ihre Schranken zu weisen, ist irgendwo auch ein Akt der Gnade. Wenn du dir tatsächlich einbildest, mich besiegen zu können, hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf herauszufordern. Also, was sagst du, Schwächling? Ich wurde von Liga-Präsident Rosé persönlich auserwählt. Dass ich verliere, ist völlig undenkbar. Hast du schon mal gesagt. Und ich hab dich in den Bogen gestammt. Ja. Nochmal so. Mono-Zyto. Das Ding hat einen brachialen Angriff. Aber dafür hab ich Reaper. Also Special Angriff. Wie war das? Wolltest du was sagen? Kleiner Petis, oder wie du heißt. No. So. Nächster bitte. Ponita. Das ist auch ein Psycho-Pokémon. Also gut. Nehmen wir dich aufs Korn. Hab ich auch übrigens. Und tschüss. Prime-Movar. Prime-Movar. Und tschüss. Tja. Leg dich nicht mit mir an. Moli-Movar. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Er findet das ja noch gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was bringt's dir, wenn du... Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Na schön, ich korrigiere. Einen Schwächling bist du nicht. Dafür aber einen Schwachkopf. Zu glauben, dass du die Arena Challenge bestehen könntest, ist reiner Schwachsinn. Hier hast du schon mal einen kleinen Trostpreis. Du hast die Liga-Karte von Bettas. Du sortierst die Liga-Karte in deinem Abo rein. So, jetzt habe ich hier aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo könnte ich als nächstes auf die Jagd nach Wunschstern gehen. Tja. So kann's gehen. Ist das ein Schalleloss? Jo, ist es. Nicht schlecht. Aber ich hoffe, du stirbst an dem nicht. Nein. Sehr gut. So, dann Superball. Eins. Zwei. Drei. Boom. Sehr schön. Mhm. Nicht nötig. Ich weiß nicht, ob ich Ero-Keks schon habe. Das ist Vieh da. Zoro-Keks. Habe ich das Ding schon? Nee, ich depp. Ich muss ja nur hier reingucken. Jetzt ist die Frage, was drücken war. Ich glaube, warum flatt, tankt er nicht. Aber ganz knapp. Ein Level erhöht und das wäre in die Hose gegangen. sehr gut. Zoro-Keks wurde gefahren. Zoro-Keks wurde gefahren. Aber... Was bist du denn? Ach, Floon schlägt. Dich kenne ich ja. Du bist das neue... Fallen-Pokémon, kann man sagen. Aber dich will ich nicht. Sorry. Na, die habe ich per Wuntertausch bekommen. Habe ich da gerade... Schmerbe. Ja, warum nicht? Lieber Rumpler. Komm. Ups. Das war zu viel des Guten, wa? Nee. Deine Ernst gerade. Ach, nee. Also hier in der Höhle sieht es aus wie ein Schein, ja. F-M. F-M. okay um das solltest du denken als jetzt Flugtyp wird zwar immer noch wehtun aber das sollte passen so und wusch und let's go 1 2 3 4 FM wurde gefangen danke FM hi oh man Schale los verpässt dich ach ein besseres Schmerbe dann gibt's hier mal ein Netzball für dich oh ein perfekter Fang yes einmal wackeln und so läuft der Hase nee ich brauch doch sowieso noch Welser jetzt können wir einmal zurück in die Naturzone gehen eigentlich eigentlich aha reißlaus was klicken war eigentlich gar nix wir werfen einfach einen Käferball wir werfen einfach einen Käferball und du wirst mich gerade verarschen ne 1 2 3 4 da wirst du nur einfach nur ein Prämierball ne reißlaus so sehr schön tja ciao reißlaus dich möchte ich sowieso nicht aber wisst ihr wie das hart ist so ein reißlaus in Scheine zu fangen ne das würde ich mir jetzt definitiv züchten Magnet ok ich brauche noch ein bisschen Training mein Pokémon ist halt jetzt total übermütig wir müssen kurz an dir dann verblassen interessant Waggon so viel zu deinem Waggon oh er macht sein Init also er erhöht sein Init hm nicht schlecht aber weißt du was werbler ja nächste ich frage mich wenn sie Gerardax weiterentwickelt drei Finsterbälle oh ja das ist was ach ein Krebschor da ist nix besonderes das ist nix besonderes hm ne lassen wir da könnte man direkt die Weiterentwicklung fangen ne oh man von dir will ich nix bye 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 griffklau griffklau ja aber keine Lust mehr auf Arbeit also lass uns kämpfen dann zeige ich dir mal meine Muskeln aha eine Frau mit Muskeln ziemlich unattraktiv ziemlich unattraktiv für mich müssen Frauen Kurven haben um sonstrip uh-huh Pum, pum. Nee, ist aber da. Mhm. Interessant. Hier hast du. Bye, bye. Für Pokémon-Kämpfe braucht man wohl andere Muskeln als auf der Baustelle. Ja, braucht man. Vor allem nicht du, sondern deine Pokémon. Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena-Challenge teil, stimmt's? Manometer, ein echter Arena-Challenger. Das schreit nach einem Kampf. Hey, was ist denn hier los, Sunny? Ist das ein Fanclub? Du bist ja bald fast so beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten in einem tiefsinnigen Gespräch mit Derda. Mach Platz für Hopp, den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur scheint, dass er nicht lustig war. Wenn dir das nicht lustig genug war, können wir gerne kämpfen. Einem echten Trainer zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Lass uns zusammen kämpfen sein. Bist du bereit? Ja, klar. Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt von Champ Höchst persönlich. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, müssten wir es euch eben zeigen. Puh, dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hart es bei der Arena-Challenge zugeht. Was tun diese Knägel sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch, hier zu warten und einen Challenger nach dem anderen abzuservieren. Ähm, ja gut, ich hätte euch auch alleine abserviert. Aber, okay. Oh, hi, Geradax. Ähm. Tja, und das Schaf bekommt ordentlich eins auf die Fresse. Puh, oh, Wally. Äußerst angeschlagen gerade. Bom. Das war's mit Geradax. Oh, Doppelkick. Aber es macht nichts, weil er so schwach ist. Ah, auf beide geht es. Bom. Outsch. 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 Na gut, dann ist es vorbei. Mein Schlag tötet ihn. um um unches easy win easy win oh it's going okay potter how's those testing ok schöner versuch aber das geht so und tot stabster effektiv ins gesicht jetzt können wir selbst einen fanglub bauen der uns wieder aufbaut vielleicht hätte ich eine chance gehabt wenn ich dich mit einer trüte erschreckt hätte tja ich glaube nicht jeder check ist das erste dieser knech ist der kleine bruder des champs selbst hätte ich nur auch so einen tollen großen bruder gehabt wenn es darum geht die flucht zu ergreifen macht ihm ja so schnell keiner was vor ab durch die mitte ja du bist ein salber spitze sanierbar kein wunder bist ja auch mein rivale aber von kabo fehlt mir noch jede spur wo steckt dieser typ los da ist nichts gehen wir noch ein stück weiter vielleicht finden wir ihn ja tief in der mine aha da läuft die entwicklung frei rum sternstück 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 sterns sternstück sternstück Jetzt ist das Ding nämlich weg Mit meiner Dampfkraft kann ich jeden Gegner davon pusten Dann puste mal Siegfried gewett Wenn Siegfried hier mal aufräumt Dann ist Schicht im Schacht Ich freu mich auf seinen Signature Move Boom, weg Oder auch nicht Wow Clownwetter Interesting Ciao, Rotemurf Oh, nix Okay Bomb Achso, Fluch Wie das gegen mich was bringen würde Aber gut Tschüss Hat schon beim ersten Mal zu viel weggenommen Da reicht den Fluch nicht Um das zu tanken Kriegen Masse, nein, nehmen wir nicht an Du hast ja auch ordentlich Dampf drauf Ja, hab ich Ey, jede Team ist für nix zu gebrauchen Aha Team ehrlich, bin ich ja dankbar dafür, dass ihr mir bei meinem Training zur Hand geht Aber einen Waggon bei der Arbeit zu stören ist völlig inakzeptabel Wir wollten es doch gar nicht stören Wir sind riesige Fans von Waggons Lass stecken, Alter Nach dem Kampf gegen den Typ bin ich zu platt, um mich weiter mit ihm zu streiten Lass uns eine Biege machen Wenn sie wirklich Fans von Waggons wären, hätten sie es nicht von der Arbeit abgehalten Gong Kabu Mann, wie sie die zwei eben abgefertigt haben, war einfach genial So stelle ich mir einen Feuereinerleiter vor Ah, ihr müsst Haupt und Sunny sein Die beiden Trainer, denen Delian eine Empfehlung geschrieben hat Ich wollte die Zeit bis die ersten Challenge in meinem Stadion auftragen sinnvoll nutzen Und habe hier noch ein wenig trainiert Hier in der Galar Mine 2 gibt es viele Pokémon, die den Typen Wasser angehören Das ist der ideale Trainingsort für jemanden wie mich, der auf Feuer Pokémon spezialisiert ist Aber es wird langsam spät Wenn ihr die Mine verlassen und geradeaus weiter geht, gelangt ihr nach Engine City Quartiert euch dort im Hotel ein und ruht euch gut aus, damit ihr in Topform seid, wenn ihr gegen mich antretet Aha Du solltest auch langsam umkehren, Waggon Komm, ich bring dich nach Hause Gong Morgen heizte ich euch ordentlich ein Ja, dann viel Spaß, ne? Mein Bruder hat mir mal erzählt, dass sich viele Trainer an Kabu die Zähne ausbeißen Und dann aus Frust die Arena Challenge hinschmeißen Aber wir werden schon noch sehen, wer hier wen einheizt Ja, ja, definitiv Aha Das Waggon von eben war bestimmt hier, um einen Pokéjob zu erledigen Du weißt, dass Pokéjob sind, oder? Klar Natürlich weißt du das Okay, was vor uns liegt, Engine City Wann bin ich alle? Ich werde mich in Knospien erstmal richtig schön aufs Ohr hauen Schließlich steht morgen der Feuerrinnerleiter Kabu auf dem Plan Ja, ja, mach ruhig Oh, Mogelbaum, hi Aber ich gucke hier zuerst mal noch wegen Item Und so Aber eine Sache freue ich mich Äh, also über eine Sache freue ich mich Und zwar, dass wir jetzt hier Definitiv Nicht in jedes Pokémon reinrennen immer wieder Sondern wir können eigentlich gezielt aussuchen Ja, wann wir in ein Pokémon rennen und wann nicht Ähm Tänkst du das? Sehr gut sogar Okay Na dann, let's go Bingo Mogelbaum wurde gefangen Jetzt können wir auch Nocto mitnehmen Ja Sehr schön Smokken geht dir auch Wenn es morgen wild erscheint Dann noch Zatrimra ins Gesicht Aha Dann gucken wir mal Ob das auch so ist Interessant Ach so, nur in Doppelkämpfen, okay So Let's go Und Pow Ja Ja jaja dann nehmen wir doch mal gegen den flug pokémon auch ein flug pokémon wenn wir es zu schwächen würde ich aber mal so glatt sagen pflücker das sieht sowas von cool aus so so 1 2 3 4 Noctur wurde gefangen heißt also die Hut-Hut-Line habe ich auch schon kann ich also auch weg traden so muss das haben wir einen Grisling schon? wahrscheinlich habe ich schon eins ja aber ich will mir trotzdem selbst noch eins fangen ich will jetzt mich verarschen oder? Tarnsteine cool das hat ja mega swag so und jetzt noch das Ding 1 2 3 4 5 4 4 5 so muss das so muss das Freunde 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 10 10 10 8 8 8 8 9 10 10 11 10 11 11 11 12 12 15 15 15 16 16 weil eigentlich sollte mit keinem kampf was machen können okay dann einmal glücker text ist ich hoffe schon ja sehr schön dann superball und let's go zwei drei und vier na verdammt energie fokus ich hoffe er hat nichts was mich sehen kann so let's try it 1 2 3 ah verdammt zum glück macht er momentan nur milf 1 2 3 4 danke kardonas er stellt unentwickler stärke ok einer froh kommen hast du münz amolett was bist du bitte prima war acht du scheiße immer so eine frage prima war ich weiß es hat eine komische weiterentwicklung also ich habe natürlich ganz am anfang auch schon geguckt was es denn für andere pokémon gibt und da waren zuerst nur namen nein eigentlich gar nicht level 32 ok das ist das ok interessant heilherz vorahnung das ist die zweite fähigkeit und die versteckte wäre magie spiegel ok ähm 100% weiblich, das kommt noch dazu, okay, das kann man nicht irgendwie ändern. Von dort Wutanfallsee, wir sind jetzt aber gerade nicht am Wutanfallsee und wir haben es trotzdem. Achso, äh, ja, ich bin gerade nicht dort, wo ich sein sollte, Remover. Was ist das für ein Psycho-Pokémon? Okay. Von dort. Überheblichkeit, soll ich mal draufdrücken oder eher weniger? Ey, ich versuch mal einen Pflücker. Aromakur, aber instant. So. Dann let's try it. Dankeschön. Bustle 29. Mit dem Vorsatz an seinem Kopf kann es die Gefühle von Lebewesen wahrnehmen. Es öffnet nur geruhsam veranlagten Leuten sein Herz. Okay. Ich weiß, wie ich es nenne, weil ich die Entwicklung an sich schon kenne. Und zwar die Lady. So. Ich wusste doch irgendwie, ne. Kann's nicht sein, dass wir... Gar nichts Neues hier sehen. Wäre ja gelacht gewesen. Reaktionsgas. Ich glaube, mein Smogon hat das nicht. Und wenn, möchte ich das schon ein Männchen. Dass es das hat. Schwebe wie normal. Stimmt. Galas-Mog-Mog. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Galas-Mog-Mog gibt's ja auch noch. Ne, 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 ne. Karadonis. So einfach dann aber auch wieder nicht. Das ist sicher ein Kiesling. Wie besser. Gladiantrie. Ja, moin. Pflücker. Einmal. Einfach nur. So schwächen. Oh Gott. Das macht ja gar nichts. Die Masse sieht ziemlich cool aus. Alter, Knecht. Tut mir leid. Ich habe schon angegriffen. Beutel, dann Superball ins Gesicht. Eins. 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 Zwei. Drei. Du wirst mich gerade verarschen, ne? Machen kannst du sowieso nichts gegen mich. Und dann greifen werde ich sicher nicht. Eins. Ich schwöre, ich mache dich in den pinken Ball. Wenn du in den pinken Ball willst, dann komm raus. Aha. Nur drohen musst du denen. Dann bleiben sie drin. Die wollen nicht in den pinken Ball. Egal, was du machst oder sagst. So. Dann war es das auch mit dem. Dann, was ich sage. No. 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 nett dich mit mir im kampf zu messen da kommt drauf an wenn du eine oma bist nicht ja du bist nur eigentlich habe ich dann keinen bedarf auf dich wollte ist klar muss hier so kommen jetzt eigentlich müsste ich probe aufs exempel machen aber gerade kein bock deswegen ja ich müsste eigentlich zu ruff hierüber eigentlich ja kein bock auf einen funkensprung ja noch besser vielleicht bekommst du die verwirrung vielleicht auch nicht warum brust du mich ständig raus ja das ist sowieso sieht schon fast aus wie ein hyperstrahl aber okay so flätschern da ging aber jetzt nicht mehr viel da wir keine lecker pokémon dabei mehr haben übrigens werde ich toxel offscreen trainieren weil es mir nichts bringt wenn ich jetzt irgendwie ne einfach so was macht flücker überheblichkeit ich mach mal das doch ich hätte was gehabt ich deb wenn ich an und ich denke kommt mir nur mein repanel sind so überheblichkeit voll ins gesicht voll ins gesicht weh du flinch mich konfusion überheblichkeit wo kann es gehen das kann ja nicht angehen ja könnt ihr das refreshen ja kann man warum ist das weiblich man das mit reaktionsgas das ziemlich dumm ist das ding jetzt einfach abgehauen ok also hunten werde ich das ding auch nicht da werde ich persönlich ein ei daraus machen da ist es wieder es kommt einfach nur kurz hoch und geht dann wieder wenn es keine vorahnung ist nehme ich es es ist keine vorahnung dann nehme ich es uiuiuiui Lebenstropfen hat das ding ja aber du musst nicht gleich dein halbes Leben wieder heilen kollege breit kollege breiter asch dumm jetzt habe ich noch das bessere wahrscheinlich ich gucke mir dann an welches besser ist das werde ich zu lady umbenennen dann nochmal rein und raus klingt so falsch aber ist so wahr ich will doch einfach nur smogern mit reaktionsgas und das entmende ich bitte danke kopfnuss gewissheit gegen ein und nicht pokémon ok jetzt habe ich alles gesehen na los eins zwei drei vier das das ist mein mona so ich werde natürlich bis zum nächsten Part auch wieder alles schön aufgeräumt haben bei mir auf der Box warte mal wie soll ich das nennen was wird zum GIFT-V-Typ ähm Wie hieß das Ding noch? Bei Fairytale nämlich hießen die anders, die Gegner. Mhm. 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 Warte mal. Ja, ich weiß schon, wie sehr der Böseste ist und bla bla bla. Ja, komm, wir nennen ihn Alvarez. Spurigan, genau. Ich depp. Genau das war's. Supurigan. Ausgesprochen. Werde ich noch ändern gleich. Weil jetzt haben wir's ja. Mal gucken. Oh ne, ich renne direkt rein. Hey du da. Ja du. Na los, stell dich dem Kräftemüssen mit einem Polizisten. Nur weil es Nacht ist, man. Ja, wie er schon reinguckt, man. Das ist der, so ein perverser. Ohne Spaß. Und das hat, das Vieh hat sicher Brüller. Äh. Mit Rohr. Ja. Oh man. Ja, ich hab noch Stammpauke, aber dennoch. Jetzt reicht's mir Bruder. Zuerst nimmst du mir meinen Angriff, dann nimmst du mir meine Verteidigung. Es reicht langsam. Crit. Ja, mein Ding hat's auch gereicht. Mein Reaper. Das reicht. Aber deftiger. So, Politele 27. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Ja sicher. Was dachtest du denn, mein Freund? Ah, Karpe Basis Dauerwert erhöhen. Dann haben wir hier noch was. Kraftfeder. Kramor hat sich wieder erholt und sich gleich zum nächsten Pokjob aufgemacht. Ja, geil. Sind wir von der anderen Seite hier angekommen. Zieh von Station zu Stadion und feiere alle Teilnehmer lauthals an. Sag ruhig immer Hallo, wenn du mich irgendwo entdeckst. Ja, jo. Mach ich ja schon. Ich glaub, das war's allerdings, ne? Hey! Hallo, äh, Sunny, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge gewinnen kann. Na klar. Oh, was für ein Kampfgeist. Oh, ne. Ihre Tulli ist da. Fordere dich heraus. Aha. Die Lebung. Dein verdammter Ernst. Was ist das einzige Mon? Ich bin keine gute Verlierung, musst du wissen. Aber ans Verlieren denke ich ja eh nicht. Aha. Aber ich... Ich muss zu Stingmon rüber. Weil sonst RIP. Aber vollkommen. Vergeltung. Also... Hätte ich nur geheilt, dann hätte ich mehr Switchins. Ja. So kann's gehen, Brudy. Ja. 2 von 3 habe ich aufgebraucht. Tiefschläge hast du definitiv für den Arsch eingesetzt. Und jetzt noch Reflektor. Um weiter deine Tiefschläge auszustellen. Lichtschild. Lichtschild. Und dann... Ähm... Konfusion. Einen lass ich hier. Tschüss. Ja, wir sind perfekt aufgesetzt, ne. Zurokeks. Ähm... Zurokeks. Ähm... Ja, wir können jetzt auf Boss raus. Und da einfach mal einen Pflöck hat klicken. Und das war's dann auch mit dem. Ja, ich hoffe... Mein, ähm... Boss entwickelt sich bald. Klar, dann ist es nicht mehr unsterblich böse gesagt. Aber... Ich hätte ganz gerne schon... Ein voll entwickeltes Pokémon. Jetzt habe ich sogar noch einen zweiten Supertrunk wieder. Also einen weiteren. Tja, scheiße, war. Zurokeks ist auch schon im Arsch. Morpeko. Das ist glaube ich Elektro oder so. Das kann zwischen Elektro und Unlicht switchen. Na gut, dann äh... Gibt's eigentlich nur eine Sache, die ich sagen kann. Na los, Reaper. Kampfres... äh... Unlichtresistisch. Das wäre ja irgendwie Öde, wenn ich jetzt schon alles vorbei wäre. Darum geben wir auch nicht auf. So. Morpeko. Jetzt... Drücken wir auf Nachthieb. Wir sind noch schneller. Dass die jetzt schon... Hä? Ich check's nicht. Ich check das Vieh nicht. Ohne Flux. So. Weg mit dir. Morpeko. So. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Peko. Danke fürs Heelen. Hätte ich vorher gebraucht. Okay. Am nächsten Morgen. Morgen, Sani. Dein Kumpel ist schon los zur Arena. Es wäre völlig aus dem... Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabus Liga Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Bevor er abgedüstet ist, hat er mir einen riesigen Stapel von Kabus Liga Karten gegeben. Hier nimm doch auch eine. Aha. Du solltest dir keine Album ein. Und das kannst du auch haben. Das ist Dank für unseren Kampf gestern. Feierheiler. Okay. Kennst du Kabus Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerfetter angenannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, jetzt ab mit dir. Geh zum Endischen Stadion und schnapp dir den Feuerorten. Peko. Ja, das machen wir. Wie gesagt, der ist mit dem nächsten Partner. Ich habe mir Hexoverlaub genommen, um mir die Arena in den Schanz sehen zu können. Ja, ja. So, ein großes Spektakel. Das ist jetzt auch wieder nicht. Also, mit Kabo aufnehmen. Aber wie geil das ist, dass die Zahler hier draußen stehen. Von dem alle reden. Jetzt plötzlich reden alle von mir. Zeig an, wo der Hammer hängt. Ja, mein Locker, ne? Kein Problem. Hallo. Da bist du endlich, Sunny. Ich habe mir eben mal den Feuerorten geschnappt. Aber ich weiß nicht, warum Kabo von allen der unauslöschliche Feuerfetter angenannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Aber keine Sorge, Sunny. Ich habe Kabo besiegt. Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Ich schaffe alles, Brudi. Ich werde ihn sogar so heftig zerlegen, dass er nicht mal mehr weiß, wie ausgelöscht... Also wie man auslöschen, wo stabiert man. Hey Sunny, bei meinem Kampf gegen Kabo sind echt die Funken geflogen. Warum wartet der jetzt da? Hm, egal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, meine Freunde. Jetzt habe ich schon über eine Stunde wieder gezockt. Aber das muss doch sein, sonst kommen wir nie vorwärts. Und da ich ja jede Menge Pokémon immer fange, muss das halt auch sein. Ich werde die jetzt hier in die achte Box packen, die ich ver-traden kann. Weil Potrot hat ja auch keine Entwicklung, die kann ich auch traden. Dann haben wir hier noch Lampi nicht. Schade, lass uns sowieso rüber. Ähm. Ham, 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 ham. Machen wir so, dann hier gönnen wir uns aber komplett. Dann haben wir hier noch Noctu. Doch, hier Hut, Hut. Das brauche ich nur nicht. Verwarnung oder Heilherz Das macht eigentlich keinen Unterschied Groß, ne? Okay Doch, dann macht's einen Unterschied Nö, nicht freilassen Ich kann's eigentlich auch traden Jui Testo Kann ich weg traden Dann Kann ich das jetzt noch hier reinknallen Gut Das Ding kommt definitiv auch da rein So Das wird weg getradet Safe call Nikit Dann haben wir Noch die da Ja Und langsam wird's kritisch Ne? Von den behaltenen Pokémon Oh ne Ich hab ja noch ne ganze Seite Dann ist ok Weil die werden auch irgendwann Ein bisschen verschwinden Sobald sie entwickelt sind Zumindest Hm Außer das Pikachu Das ist deren Basis Mäßig In meinem Ding drin Mach ich vielleicht mal noch Ein Reitschut raus Aber An sich Bleibt das drin FM und so Werde ich definitiv noch Gucken Dass ich da was Gutes Dass das was Gutes Bei rauskommt Kamehubs Da Kann ich glaube ich auch mal Einfach weg traden Ja Glaube ich auf jeden Fall Und ja Wer weiß Vielleicht kriege ich noch was Richtig geiles Da Switch ich jetzt Weil ich hier das Glomando Gerne haben möchte Ja Das ist sowieso voll Der ganze Spaß Wird auf jeden Fall Noch lustig Ich hoffe Ihr freut euch auch drauf Dann kann ich die hier Noch ein bisschen weiter leveln Inklusive Äh Aponita Hm Das ist sowieso Bald an der Schmerzgrenze Das ist jetzt schon Level 27 Unser Level geht bis 30 Das Level Cap Aua Tut ein bisschen weh Sowas Kamikats ist hier eingegliedert Sehr schön Hat glaube ich gar keine Entwicklung Leider Und hat leider Ein Angriffs Minuswesen Ob das so gut ist Ich mag es zu bezweifeln Aber nun gut Vielen Dank fürs zugucken Wir sehen uns Im nächsten Part Töller 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 Töller